Hey, oder? Hörst du das ab? Was denn? Hä? Was denn? Wir sind hier in einem Schwäderlauf, du Gott. What the fuck? Oh, das Auto brennt. Wie hast du dein Stream genannt? Streamer... 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 Okay, ich werde dir aus der... Ich werde dir aus der Multi-Hitbox einen ausgewirfen. Okay. Ah, das ist ein Motorrad. Hm... Wie die Scheiße. Wie das ruckelt, das schaut ja richtig Scheiße aus. Meinen Sie überhaupt das Geilste, der Sechste das? Ja. Du kostest Streams zur Zeit nur über L.E., oder? Ich glaube, ich streame auch über DSL. Ich weiß nicht. Äh... Ja. Ich glaube, ich streame auch über DSL. Aber das... Ja. Lukas, wo wissen du? Auf dem Server? Da. Ja. Echt? Nein, hab die verrascht. Wo wissen du? Was ist das für ein Auto? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott. Au. Der Auto, das ist... So. Mein Stream. Du kannst ja aus deinem Stream heraus. Ich würde jetzt gerne erst mal Aufnahme, bitte stopp. Machst du das auch bitte? Ah ja, komm. Kann man nicht lust sein. Also, herzlich willkommen zum Stream, bla bla bla. Hallo, herzlich willkommen bei mir auch. Stream. Und... Das ist ja früher. Und... Oh. Zitizen. Boah, die ist so geil ausgeschaut. Boah, was ist denn des? Meins. Hey! Boah, die Explosion. Die Explosion von dem Raketenmeer. Verschaut wie cool aus. What the fuck, Lukas. Du bist denn Spacken. Was denn? Und dann noch Kick Me. Hot Sexy Girls. 69. Und das alles in einem Namen. 69. Da... Da... Da locht der Roland wieder. Ich hab zwei Zuseher. Wahrscheinlich der Stefan zweimal. Ja... Na, der Stefan Ohrmal und du selber. Okay, ich steig jetzt erst. Nein, ich selber nicht. Sch... Screaming starten. Screaming? Ja. Das klingt verdammt locker. No random. That's brutal. Nathan Explosion. Mein zwölf Kerner hat es das Zimmer so stark auf. Ich hätte den nicht oben wollten sollen. Er hat jetzt einen Hitzeausstoß von einem Atomkraftwerk. Äh... Atomkraftwerk oder... Wird zum Geier. Wird zum Geier. Du bist halt ein Richter voll aus Zitz bei 30 Euro. Mountain Dew. Ich trinke Karottensaft. John Madden. John Madden. John Madden. John Madden. John Madden. Auch ABC-Saft genannt. John Madden. John Madden. John Madden. John Madden. John Madden. Und was war denn jetzt passiert dann? Ja das ist alles... Oh die Eigenschaften sind vergleichbar mit deinem Namen. Hey wo bist du gespawnt? Spawnt? Der war da bei mir oben aufm Dach. Jaaa... Okay dann geh ich da mal rüber zu dem Dach. Könntest du aufhören du hässlicher. Du hässlich Du hässlich Du bist sogar der amerikanische Polizist Ja, aber der müsste jetzt schwarz sein Aber jetzt bin ich schwarz, bin ich schwarz bei dir? Ja du bist schwarz, du musst dich selbst erschießen Okay, dann ist Rollentag Dreimal in die Brust wiederkommen Citizen, Gangster, Mob, Boss Wie wär's? Get the hell out of here! Ich hab ja keine Ahnung wie ihr seid Hey äh, folg mir mal, du bist hier Komm, komm Komm, komm Das macht mich so so funny Pfff 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 Oh mein Pfff 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 Pff Pfff 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 Pffh Pfff 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 ich hab dich gefunden du bist du das confused auch also du ziehst lauter Terroristen hinter dir her die Terroristen her und wo der Kauf war Sabri ehrlich ich bin ja nicht hier die Kürsiste oder so ähnlich ich hab den Fingern von 45 wenigstens ach so ich glaube der Roland hat gerade the time of his life er führt werden von Tappen das ist saugeil ja es ist doch der schießt doch mal ob er schießt doch mal ob er mute ich mal schnäge weil der lauer die Hallo. Hallo. Hallo, Sir. Hallo. Are you having a pleasant time raiding this place? Or are you interested in having, like, a gun? No. A bigger one? To terrorize even more? Oh, yes. Ahem. Na, 3. Up time, 1 Stunde, 5. Picken, 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 picken. So. Wir sind ja still am bilden, deswegen. Es ist ja mal PropBlock. Oh. Hallo. Ich zück schon mal meine Waffe. Ja. Aber Luca, wow. Warte. So. Alter, der fährt grad hier so im Sitzen. Ich hab mich jetzt mal entgeltet, weil die grad nichts mehr sagen. Mhm. Ich werd hier grade eingesperrt, das ist voll geil hier. Was will der Typ jetzt? Ich hab keine Ahnung, der steht da einfach bloß. Der macht mich ehrlich gesagt an. Der macht dich an. Er macht mich an. Der macht mich an. Oh, ich hab auch nicht geguckt. Und... Closed. Ich hab mich raus. Kommen wir mal da rein. Gehen wir mal in... Was sehen meine entzündeten Augen da? Gib dir das erste Scheitel da oben über den Ganschsch. Nein! Was hab ich verpasst? Die Screens auf die Gunshot... Scheiße! Das ist ein mehr epileptisch-friendly Gunshot. Remember, you don't get caught with your goods. They are legal. Police Chief is langweilig. Mage is Slayer. Ja, als Major wird man am meisten... ...führt. Ja, okay, dann machen wir gar nicht. Aha, Robo. Wir haben uns ja unseren Gunshot-Wink dekoriert von außen. Oh nein, das ist kein gutes Zeichen. Ich möchte jetzt noch mal Runner sein. Freerunner, hier. Was kann ich da machen? Gravity Gun. Camera, Tool Gun, Pocket, was weiß ich. James Cameron-Tool-Gun. Was? Der Shop braucht einen Heizkörper. So. So. Von all den Dingen braucht der Shop am meisten... ...einen Heizkörper. Das stimmt aber echt. Sonst ist der Kalt herren. Und das können unsere Gäste nicht auch da. Stimmt. Könnt sogar Terrorist-Leader werden. Gute Idee. Nicht. Wie? Gute Idee. Wie? Ich bin zu zweit. Du musst doch mal da einige. Du musst einige... Da ist doch scheiße aus. Du musst einige. Oh nein. Kann ich mir eigentlich eine Pistole selber holen? Das ist epileptisch quasi. Wtf ey. Schade an die Piste, ja. Oh nein, ich weiß nicht, was ich jetzt fühlen soll. Was ist der Sinn des Lebens? Ich glaub, das wird unsere gesamte Kundschaft vertreiben.